Ab dem 1. März 2015 ist diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Dachgeschosswohnung liegt in Frankfurt. Das im Jahr 2014 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Solarzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Wohnfläche der Dachgeschosswohnung liegt bei ca. 97 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 1.465 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.